Ja... Ich bin Quatsch-Berlin-Kult! Also, nach Aku-Akus wirklich guten Rader Mr. Oka-Oka in dieser Welt betreten haben. Und das ist nicht gut! Wääääh! Wäääh! Wäääh! Was willst du, Fink-Wett? Vielleicht dich zerstören? Wäääh! Was, die behandelt nicht schlecht? Wäääh! Kannst doch ein Untertitel sein, die Guten! Wärst du? Wäääh! Wäääh! Pfff! Jetzt bin ich bei ihr, wenn sie frei sind. Kannst du nicht mehr? Kannst du nicht mehr? Ja! Ey! Komm her! Ich hab dich! Wia male! Wia male! Wia male! Wia male! Ha ha ha! Englisch. Englisch ist die Liebe. Englisch habe ich dich geschossen. Ich habe Englisch über Schüge erfahren, Ja... Ja, ja, ich glaube, wir gehen zum Schnell. Denn wir sind im Glacoschschluss wieder auf. Ich weiß, ich bin eigentlich nur ein älter Gegründer-Ginni. Ich bin gar nicht... Ja, ich weiß, was da drin ist. Was? Das kann gar nicht sein. Ein anderer Sonny? Da kann ich mal reden! Was ist das? Wer gab's da? Ich weiß nicht, was es ist, aber ich glaub, dass es zwar nett ist, oder? Es heißt, ich glaub, ein Loch-Ecken auch klingen sollen. Ich kann die, glaub ich, neu an. Also, wenn es viele drüben gibt, dann bin ich gut. Ja, 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 ja. War's eine Maschine? Da kriegst du drauf, Teleportung und andere Demissionen zu erreichen. Ich muss es für die anderen sagen! Und das war's noch nicht so spätisch!